Herzlich Willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Im letzten Part haben wir die Melone zum Quadrat abgeschlossen und gehen jetzt in 5a oder in 5.4. Wir gehen in den Saftladen. Gehen wir mal in den Saftladen und schauen, was uns heute erwartet. Wahrscheinlich sehr viel Saft, sehr viel lila Flüssigkeit, wo man toll reinfallen kann. Ich bin gespannt. Pixi haben wir noch, ist gut. Oh ja, da hinten sehen wir es schon fließen. Okay, haben wir hier hinten was? Nein. Okay, man weiß hin. Oh, diese Vögel dürfen wir jetzt mal kennenlernen, okay. Ach, verdammt. Okay, die kriegt man, ähm, ja, ähm, hätte ich dafür den Vogel gebraucht, vielleicht? Weiß es nicht. Oh. Es ist nicht nur Flüssigkeit, wo man... Ach ja, das Level. Äh, okay. Will alle Bananen haben, ist das Problem. Ob ich nicht weiß, ob das schon vielleicht was gibt. Ja, gab irgendwas... Mit Luft, danke. Bananen. Okay, cool. Hau doch mit deinem Bananen zur Hölle. Warte mal. Äh, da waren wir einmal hoch. Okay. Ausgetrickst. Äh. Gibt es mir einen Puzzleteil? Jawohl. Jawohl. Diese Vögel kann man aber nicht hochheben. Oder so. Glaube ich. Oh, das wird jetzt eng. Ja, danke. Ich gehe nochmal zurück gleich und hole mir eine neue Begleiter. Eine Münze. Okay. Einen neuen Begleiter holen. Oh nein. Oh, war das genug. Ich möchte eine Pixie neu haben. Dankeschön. Lass mich bitte in Ruhe. So. Warum stehen überall diese Dudes, die man nicht besiegen kann? Ohne Wurfgeschosse. Ist nicht nett. Da unten ist ein Hai, der wartet. Ist ja auch nicht nett. Nix nett hier. Die Bananen wollen wir mal alle haben. Jetzt hätte ich gern Cranky. So was hätte ich dann gerne wieder Cranky, weißt du? Die Kackhaie mich angreifen. So worth it. Es tut mir leid, Dixie. Aber es musste sein. Wir werden bestimmt eine neue kriegen. Irgendwann. Irgendwann werden wir eine neue Dixie haben. Jetzt bin ich erstmal auf mich allein gestellt. Okay. Au. Okay, ich wusste nicht, dass sie so schnell dahin kommt. Ich hatte gehofft, ich hätte noch ein bisschen Zeit. Das ist so ein Level. Hier. Da muss man alle Bananen sammeln. Also wirklich alles. Hier dürfte ein Secret sein. Danke. Ich habe mich nicht angelogen. Ein bisschen Angst habe ich da. Oh. Wieso kriege ich dieses Level eigentlich immer ohne Begleiter? Wo es so mit viel schneller gehen würde. Obwohl es geht auch ohne. Obwohl ich immer hier die linke Ecke von nachlässige. So. Okay, komm. Du kannst es auch alleine. Drei von neun. Wir haben sowas von schon Puzzleteile verpasst. Da könnt ihr euch sowas von ne Garantie für aussprechen lassen. Dies nehme ich mal mit. Woll. Oh, Moment. Ich dachte, die fallen runter, aber tun sie gar nicht. Äh, das ist ja ekelhaft. So. Ein Balloon. Oh, wie mies. Okay, danke. Ein bisschen klar, jeden da hintersten Ecke versteckt. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Aber, oh mein Gott. Mir war nicht bewusst, dass ich nur noch einen Hit habe. Habe ich vergessen. Oh nein. Könnt ihr jetzt zurück das Fass holen? Werde ich auch tun, glaube ich. Warte mal. Hä? Oh, oh. Okay. Lucky. Wie viele Gegner da sind. Das ist unglaublich. Aber ich gehe auf jeden Fall zurück und hole mir so ein Fass. Weil da hinten gab es noch eins. Könntest du bitte weggehen? Hier müsste nämlich eins liegen. Danke. Ich nehme Cranky mit. Einfach, um den Hai unter Wasser zu klatschen. Oder allgemein, um Dinge unter Wasser mal zu klatschen. Das sind nämlich immer so meine Nemesis-Gegner. Ach, come on. Das hat nicht gezählt. Und den kann man dann auch besiegen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, hat sich voll gelohnt. Hat sich gelohnt, wenn man nicht auf den Hai drauf gesprungen wäre. Oh Gott. Äh. Wir wollen da lang. So. Okay. Hier gab es ein Leben, ne? Da brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ah ne, eine Banane gab es hier. So. Das hätte man natürlich jetzt nutzen können, um die Münze so zu bekommen. Aber ist ja egal. Voll egal. So, das Puzzleteil da unten haben wir. Gibt mir mal den Checkpoint. So, das O ist hier. Das ist sehr gut. Das heißt, wir haben noch nichts verpasst. Oh, warte. Könntest du nochmal werfen? Voll nett, danke. Und jetzt gehen wir nochmal unten im Wasser gucken. Also im Saft. Vier Bananen. Lol. Okay, cool. Fünf von neun. Insane. Geh mal weg, bitte. Oh, lol. Ähm. Was? Ich hab's verkackt. Aber wie soll das gehen? Moment. Kann man respawnen lassen? Also wenn er jetzt nicht wieder da ist, weiß ich auch nicht. Kannst du euch hier hinwerfen? Dankeschön. So. Ich hatte nicht bedacht, dass der auch einfach kürzer werfen kann. Ach, warum du? Oh, schau. Sehr gut. Und jetzt noch die zwei. Oh, das wird jetzt toll. Ja, das wird toll. Oh, ich hasse das, wenn du noch zwei... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie assi ist das denn, wenn eine Banane überbleibt? Die assi. Ich gehe nochmal sterben. Habe ich auch gucken können, ob es was gibt, wenn ich die Münzen da sammle, aber wahrscheinlich nicht. Die sind zu fies. Oh, mit Cranky wird's gehen. So. Zack. Ach, come on. Hast du das? So, da nochmal rein. Begleiter bringen mir hier eh nix. Und wieder welche übergeblieben. Kriegst du echt Anfälle, ne? Hallo, Software. Ich hab mir Fallout Shelter runtergeladen. Ich wollte mir das auf der Switch angucken. Oh mein Gott. Vielleicht wird auch noch ein Download für Pokémon Quest kommen, wahrscheinlich. Ich dachte, ich hätte das ausgeschaltet, dass das angezeigt wird. Aber anscheinend nicht. Ach, come on. Als ob. Als ob. Aber wir haben das Puzzleteil. Welchen Satz hat Nefing demnächst vielleicht am öftersten gesagt? Oder am meisten? Aber wir haben das Puzzleteil. Diesen Satz werden wir, glaube ich, ziemlich oft gesagt haben. Oder ich? So. Oh, nö. Oh, wie gern ich jetzt Cranky hätte. Hallo, Puzzleteil unten im Gras. Ist der echt so programmiert, dass der mir nicht auf den Sack geht hier unten? Das ist echt nett. Bin ich Subi. Bin ich sehr gut. Haben wir den Weg geöffnet? Wir brauchen was zum Werfen. Da ist mein Geschoss. Ach, verdammt. Einmal wieder zurückgehen. Den Hasentypen am Kopf springen. So, und jetzt müsst ihr da sein. Jawoll. Verdammte Kacke. Hallo Hasentyp. Ich muss den mal wieder auf den Kopf springen. Ich hätte gern ein Herzchen. Gut, dass das Spiel dadurch gerade kurz nicht reagiert hat. Wow, und dafür habe ich das gemacht? Ach, Mann. Das ist immer so entmutigend, weißt du? Oh, oh. Okay, haben wir. Okay. Oh, pack mich doch nicht zu irgendwelchen Fischen, die mich jetzt onhitten können. Checkpoint haben wir. Okay. So. Ähm. Nein. Ach, wieso kommt denn der so weit runter? Als erstes schwimmt er so weit oben, dass es aussieht so, ja, du kannst unter mir her schwimmen. Klar, komm, Digga. Kein Problem. Oh Gott. Dann so weit. Da oben ist es N. Okay, da unten ist noch ein Gang. Okay. Oh Gott, okay. Wir müssen das N von der Richtung holen. So, gehen wir hier rein. Und holen uns dieses Puzzleteil. Neun von neun. Wir haben alle. Wir müssen nicht nochmal rein und da kommt erst das N. E-T-F. Ja, ich weiß. Es wird eng. Aber ich kann nicht schneller gerade hier schwimmen. Das wird eng. Das wird eng. Ach komm, warum schwimmt die Kacke denn immer genau das? Ah. Wir müssen uns das Puzzleteil nicht mehr holen. Das Ganze hat was mit. Ach, verdammt. Kack. Aber das N müssen wir nochmal holen. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Wieso beschleunigt man... Wieso wird man schneller als die Kackdinger da? Da kommt er wieder hoch. Guck mal. Guck mal, wie er von mir magnetisch angezogen wird. So. Jetzt bitte nicht verrecken hier. Schnell oben drüber. Unten her. Oben her, oben her. Oh. Unten. Oben. Müsste hier ganz schnell mal Luft... Komm, danke. Okay, ich wollte nur gucken, ob sowas ist. Da ist bestimmt was. Aber hey. Das ist grad voll egal. Ich hab ein Herz. Gibt mir das. Danke. Ich fühl mich nicht mehr so... ...verstört. Oh, das war knapp. Äh, ah. Ach, come on. Ach, come on. So, 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 so. Nein. Bitte lassen sie mich alleine. Dankeschön. Okay. Okay, alles gut. Alles gut. Weiß nicht, ob es da unten was gab. Das geht. Ah, wie soll ich das denn kriegen? Ähm. Wie soll ich das G kriegen? Ich hab doch keine Freunde. Oh Gott. Ich muss das N wiederholen. Oh Mann. Das N ist echt das Schlimmste an der ganzen Geschichte. Vor allem, wenn man nicht vor so ein Ding kommt. Gebremst wird wie die Hule. Okay. Gleich der Alarm kommt. Ja, genau der. So, unten lang. Oben lang. Runden lang. Oben lang. Oh, das war knapp. Runden lang. Oben lang. Okay. Alles gut. Wie geht es? Einmal speedrun hier durch. Dann sind wir schon fast wieder da, wo wir gestorben sind. Großen Teil haben wir ja alle. Wie kriege ich dich? Oh, so. Oho. Gibt es einen Secret Exit? Ja? Okay. Es gibt anscheinend einen Secret Exit. Aber es ist mir egal. Als ob er voll lange gebraucht hat, da runter zu kommen. Ah, das ist nicht weg. Dankeschön. Ich muss nochmal rein für den Secret Exit anscheinend. Das ganze Level nochmal machen wegen einem Secret Exit. Ist das nicht schön? Das Level hat auch verdammt lang gedauert. Holy shit. Gut, ich gehe nochmal in ihm rein und hole den Secret Exit. So, da hätten wir den Secret Exit. Den nehmen wir natürlich liebend gerne noch mit. Ich meine, warum nicht? So. So, Kong habe ich natürlich nicht gesammelt. Aber wir haben alle Post-Eteile. Secret Exit. Und. Kong. Wir können jetzt in 5B. 5A haben wir noch freigestellt. Wir gehen jetzt in 5A, würde ich sagen. Ich kann ja nicht sagen, dass ich nur ein Level. Oh, Folge. Also jetzt in der Folge ein Level schaffe. Deswegen machen wir einfach eine längere Folge. Die wird wahrscheinlich länger, weil das Level wahrscheinlich lange dauert. Die Honig-Hale-Kinaden. Mal gucken, wie lange das wird. Ich bin gespannt. Hier ist was. Ja, da ist auf jeden Fall was. Da muss ich mit Cranky hin. Kriegen wir hier einen Charakter gleich? Dann hole ich mir Cranky. Das ist eindeutig so ein Cranky-Level. Also Cranky wäre mir gerade lieber. Finden wir auf jeden Fall ein Puzzleteil. Und wenn wir ein Cranky kriegen, dann werde ich zurückgehen und es holen. Manchmal kriegen wir kein Puzzleteil, weil das Spiel war... Ah, da ist ein Cranky. So, sehr gut. Jetzt müssen wir nur wieder zurückkommen. Oh, in die Richtung. Das war schnell. Oh Gott. Dafür ist das Level nicht gebracht, zurückzugehen. Ja, war klar. Jetzt nicht den auch noch. Ach, ich bin so ein Held. Nein, gib's mir. Verdammt. Ich wollte das Risky-Business gehen. Verdammt. Versuche ich es nochmal. Versuche ich es nochmal, den Cranky einfach nochmal zu holen. Hol den Cranky. Auch wenn das gerade sehr knapp war. Mit dem Rollding da. Diese Bienen. Oh, Cranky. Du stehst schon ziemlich weit unten. Okay. Alles gut. Laufen. Oh mein Gott. Okay. Überhaupt nicht stressig. Okay. Komm mal her, Biene. Oder was auch immer du bist. Wahrscheinlich bist du eine Biene. Ist es zumindest richtig, dass die nicht gelb sind. Die Bienen sind ja nicht so gelb. Die sind ja eher so rötlich. Orange. Sein Ernst? Ich muss auch noch sammeln. Weißt du, da komm ich schon mit Cranky hierhin. Und dann muss ich auch noch Shit sammeln. Unerhört sowas. So, einmal alle Bananen sammeln hier. Ja, nice. Erstmal reinspringen. Die waren dann immer noch hier liegen. Krass. Es gab nur eine Münze. Ich hatte mich kurz erschrocken. Und dachte, oh lol. Oh lol, Cranky ist weg, dachte ich mir. Okay. Okay, ich möchte gerne hoch. Oh nö, da ist schon wieder so ein Hund im Rad. Oh Gott. Das ist klar. Okay. Oh nö, geht der in die Richtung. Da unten ist eine Münze. Aber. Es wird ja wohl nicht heißen, dass ich alles sammeln muss, oder? Okay. Warten wir noch eine Runde. Da oben seh ich was gerade. Ich hab mal alles gesammelt. Geh hoch. Aber nämlich ein Secret. Wieder ohne Mate. Mein Cranky würde mir hier eh nicht viel helfen. Springen kann ich hier schon ganz gut. Oh Gott. Hast du das hier? Ich werd fallen. Ja. Ah, ich hasse dieses Level. Ich hasse es. Ich hasse. Hohe später. Ich bin nämlich jetzt. Oh mein Gott. So viel zu hohen wie später. Aber egal. Ich muss ja jetzt nicht mehr zurückgehen. Das heißt, ich kann mir eine Dixie mitnehmen. Ähm. Oder einen Diddy. Und dann ist eh alles safe. Dann haben wir Easy Game. Würde ich mal behaupten. Ach, geht doch weg. Dixie. Ich komme. Okay. Ich dachte jetzt echt, ich sterbe noch. Ich dachte, weil ich die Dixie nicht mehr aus dem Fass kriege. Ich sterbe noch. So. So. Kann ich da auch wieder rein oben. Das K. Nicht vergessen. Wichtig. Nicht in die Richtung. Oh. Scheiße. Tschüss, Mann. So. Okay. Gehen wir erstmal hier hoch. Ah, gehen wir nicht hoch. Okay, warte. Erstmal unten klären. So. Wir haben Dixie. Alles gut. Kann man auch mal eben auf die komplett andere Seite springen. Ohne Angst haben zu müssen, dass man runterfällt. Sondern jetzt die Ruhe bewahren. Ruhe bewahren. Ist wichtig. Oh lolol. Zwei Sekunden. Wollte nämlich jetzt nicht nochmal fällen. Da war der Druck zu hoch. Sehr schön. Oh, nicht du. Bleib mal schön weg mit deiner Zunge. So. So. Checkpoint. Wenn wir uns da dran hängen, wird's ab. Okay. Wihi. Okay, nochmal. Ich hoffe, das Ding fällt nicht irgendwann runter. Das wär uncool. Ich hoffe, da geht's nicht weiter. Und ich seh das nicht. Geht's da weiter? Auf jeden Fall viel Gras. Hier geht's nicht weiter. Okay. Okay. Ist klar. So. Nicht so viel. Er hat sich voll abgeworfen. So voll abgestoßen. So, nee, ich hab keinen Bock mehr. So voll weit. Ich wollte nur so ganz sachte weg. Jetzt leuchtig's hier nicht mehr. So ein Kack. So ein Kack. Komm da nicht dran, hallo? Eh. Oh mein Gott. So. Leben hol ich mir wieder. Ist das voll knapp? Baby. Okay. Geh einmal hoch. Da gibt's ein Puzzleteil. Okay, das war ziemlich obviers. Äh. Warte. So, und der wird jetzt tricky. Okay, cool. Was Donkey Kong sowas auch kann. Okay, da geht's auf jeden Fall weiter. Oh, hier auch. Moment. Ziemlich obvious hier, das Ding. Aber schon wieder. Ah, das ist aber mit den Lianen. Das geht. Das geht ohne Begleiter. Sehr gut sogar. So. Oh. Auch wenn die Lianen in der Mitte ein bisschen kürzer sind. Mit dieser Banane, damit ich nur noch links machen muss. Okay. Cool. Geh von sieben. Okay. Es läuft. Okay, nicht überhetzen hier. Einfach chillen. Bleib stark, Biene. Bleib stark. Äh, was? Er hat sich nicht festgehalten. Er hat sich nicht festgehalten. Jetzt. Ähm. Kann ich die irgendwie steuern? Achso, ich hätte sie boxen können. Na gut. Hab ich nicht gecheckt. War doof von mir. Ist jetzt ein Puzzle-Tag runtergefallen hier, was ich nicht gesehen hab? Warum fallen da Echsen runter? Aua, warum kommt da eine neue Echse? Das ist viel schlimmer. Hier gibt's doch was, oder? Ich werd sterben. Wie dumm. Nur weil ich gucken wollt. Vielleicht muss ich doch alle Bananen sammeln an der Stelle. Das kam mir ziemlich leer vor. Hier wollte ich nochmal gucken. Ah, wenn ich euch boxe, geht's hier. Okay. Ist jetzt die Biene geplatzt, oder? Ich weiß nicht. Wie alle Bananen sammeln kann nicht sein. Die fallen ja mit runter. Kann eigentlich nicht sein. Oh, das N hätt ich gerne. Das wird nix. Ah, ich wusste noch nicht. Moment, hab ich das O? Das O hab ich. Okay. Dann ist der gut. Sonst hätt ich das ja nicht machen müssen. Sehr schön. Schön gelandet. So. Nicht zu stark prügeln. Wir wollen hoch ein bisschen, aber nicht zu hoch. Das gibt's nicht. Ich hab's doch berührt. Aber die Hitbox sagt nein. Hitbox sagt nein. Das sind nicht. Oh, gesagt ja. Hitbox sagt nein. Ich hasse Hitboxen. Ich hasse Hitboxen. Das ist die Echsen da überhaupt so runterfallen oder so, gechillt runterfallen. So, ja, ja, klar. Ist mein Life. Aha, danke. Oh, ich darf die bestimmt auch nicht in die Stacheln drücken, ne? Die Bienen. Ist ja, glaub ich, uncool. Wie sieht's da nicht mal mit Puzzleteilen aus? Da fehlen so ein paar. Hier geht's nicht weiter. Ah, cool. Wahrscheinlich brauche ich das für was anderes. Oh, Bananenstauden gibt's hier. Toll. Für. Okay, das war ziemlich crazy knapp. Da links ist anscheinend was. Ich hoffe, ein Puzzleteil. Wenn da jetzt wieder nur eine Münze rauskommt, wäre ich mad. Danke. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Das war's. Mir fehlen aber noch ziemlich viele Puzzleteile. Holy moly. Okay. Okay. Aber Hauptsache, Kong ist am Start. Das muss ich nicht mehr holen. Das muss ich dann nicht mit diesem doofen Bienenflug machen. Okay. Damit hätten wir den Weg dahin offen. Und wir gehen natürlich nochmal rein und gucken nach den anderen Puzzletalen. Bis gleich. Bis gleich. Ein Puzzleteil ist hier unten in der Höhle. Hab ich übersehen. Da war so ein Loch. Das konnte man sehen. Da braucht die Squawks jetzt nicht mal für. Das hab ich einfach gerade gesehen. Squawks hat auch noch nicht richtig reagiert. Äh. Als ich vor dem Loch stand. Von daher. Fast selbst gefunden. Und das ist dieses Puzzleteil, was ich hier halt vermutet hab. Aber ich war zu blind. Okay. Nächstes Puzzleteil. Äh. Hab ich irgendwo dran hängen? Nächste ist hier hinten in so einem Fass. Wow. Okay. Okay. Ich anscheinend muss ich einfach nur alle Bananen sammeln. Und nicht dabei sterben oder so. Ah. Okay. Cool. Haben wir... Oh. Ich werd sterben. Nice. Wir sehen uns am Ende des... Äh. Auf der Overworld wieder. Oder nein. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich brauch keine Abmode auf der Overworld. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Weil ich habe alle Puzzleteile. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.